Hi, da bin ich nochmal. Und zwar hat mich heute der Teufel wieder geritten. Mir täuscht euch, also meine große Tochter, wollte einkaufen fahren. Also bin ich nach der Arbeit, zu meiner Tochter haben die abgenommen, abgenommen. Abgeholt. So passiert die Sache, wenn ich Hochdeutsch versuche, zu sprechen. Kämt nichts Gutes dabei raus. Also, da habe ich die abgeholt und da sind wir dann in Kaufland gefahren. Aber vorher hatte ich noch ein bisschen im Tedi vorbei, weil gegenüber vom Kaufland ist es Tedi. Das war der Fehler des Jahrhunderts. Also, ich habe mir diese Glasplatte hier mitgenommen. Warte, Moment, ich muss erst mal gucken. So, dort die. Weil gestern Abend wollte ich gerne Schrumpffolie machen. Das mache ich noch her noch. Wollte ich ein Video mit der Schrumpffolie nochmal machen. Ja, da habe ich dann natürlich gedacht, bevor ich mal meine schöne Unterlagen verbrenne. Außerdem habe ich dann meinen Heißluftföl nicht gefunden, wie das halt immer so ist bei mir. Und wie gesagt, die ist schön schmal, die passt genau da hin. So, ne. Einmal frei. Die habe ich mir geholt. So, ich muss ihm auf die Seite stellen, weil die passt jetzt nicht da hin. Dann muss ich erstmal umräumen. So. Es war ein Verhängnis. Ich komme da hin und was sehe ich da? Die haben Halloween. Guckt mal. Sind sie nicht süß? Ja, die musst du natürlich mit. Ist klar, ne. Die konnte ich jetzt doch nicht liegen lassen, ne. Dann waren diese Aufkleber Hansgaard 2,00 Euro. Die sind auch zu groß. Das sind schon mal die Schluchse. Und diesen da. Ups. Cool, ne. Die finde ich richtig cool. So. Dann Habe ich das Stempel dort gefunden. Jetzt sieht man die hier, ne. Die Und diese Fledermäuse. Ich habe mich so gefreut. Dann habe ich mal noch das Netz dort mitgeholen. Da habe ich zwar noch eins, aber ja, Netze sind immer cool, ne. Netze. Also eines. Dann. Na. Das sind also nochmal Fledermäuse und Mücken. Warte, ich mache es mal auf, weil ich habe das hier echt gar nicht richtig gesehen, dass das Mücke sind. Ach, mach mal. Ich muss mal die Schere benutzen, ne. So, ups. Cool, ne. Hi, 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 hi. Ja. Dann habe ich die noch mitgeholen. Dann. Ach, was ist das? Diese Nagelsticker? Diese Nagelsticker? Die sind ja toll, oder? Guck mal. Wow. Wie gesagt, guck mal, die kann ich jetzt zum Beispiel ja dann hier an so Dingen drin machen, ne. Ich freue mich. Ja, weil auf meine Nägel kommen die natürlich selbstverständlich nicht drauf. Ist ja klar, ne. Und? Was ist das da noch? Das sind aber Mücken unten hier. Dann habe ich das doch gefunden. Ey. Ich habe gedacht, ich wäre im falschen Film. Guckt mal. Das soll Glitzersand sind, ne? Also Glittersand. Und das haben wir natürlich aufgemacht. Das ist zwar Sand. Also das sind wie Glassplitter. Guckt mal. Verschüttelt, dingaschia, ne. Ist das doch optimal, ne. Guckt mal. Und das sind 650 Gramm, ne. Für 2 Euro. Jetzt habe ich alles versaut hier. Gras, ne. Glitter. Glas. Glitterglas-Sand. Super cool. So. Und dann. Habe ich mal. Für die Dekodent, äh, Dingaschia, da, ne. Habe ich mal so Ende geholt. Ich habe, also die Radiergummi ist da. Also die habe ich ja noch nie gesehen dort, ne. Die kann man ja schön da oben draufsetzen, ne. Ich finde die super. Ja. Das war es dann schon. Also wie gesagt, ne. Alles in mehrfacher Ausführung halt, ne. Weil ich habe ja gesagt, wenn ich da zeige siehe und dann schlage ich zu. Moment. Ist ja eigentlich klar gewesen, ne. Ah ja, guck mal. So rum. Schön, ne. Ja. So. Jetzt war es das auch schon. Das war mein kleiner Mini-Teddy-Hall. Ich war, ich hätte am liebsten, ich habe dann sofort gesagt, komm, Korb her. Direkt alles in den Korb geschmiss. Ja. Fand ich super toll. So. Jetzt lasse ich euch gerade noch mal in Ruhe, ne. Ich muss noch, ähm. Ich bin jetzt schnell hier hoch. Mann, 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 ne. Ja. Ich muss mal noch hier, äh. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch machen muss. Aber irgendwas muss ich noch machen. Und dann muss ich nachher hier noch ausmalen und, äh, meinen Heißluftfön suchen. Ich weiß nicht, wo der ist. Gut. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.